Das heißt, es ist ein Ehrenmann, ja, es ist ein Ehrenmann, hallo. Hallo? Ach, oh man. Sie haben keine Eier. Sie haben keine Eier. Ich will eine Runde gewinnen, komm schon. Ich denke, wir können die ganze Nacht durchspielen, wenn sie eine Runde gewinnen. Oh, ich habe mich da voll mit meinen Zähnen gegen mein Mikrofon. Gut. Ey, warte, nein. Das war ja. Heute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute. Und seit langem, seit Jahren mal wieder mit dem Game of Tsunami. Mit einem gigantischen Fehlernsystem. Lala. Seit Jahren, ich bin auf meinen Sucht, Oney One Battle Us. Genau, jetzt geht es schon los. Ich weiß jetzt schon wieder, was hier schon wieder für eine Folge wird. Eigentlich wollten wir Oney One Battle Us aufnehmen, du, da hast du irgendwie das Ganze nicht gepackt bekommen, hier irgendwie, keine Ahnung. Der Genitiv war falsch, deswegen konnten wir nicht in die Runde reingehen. Ja, es ist negativ, irgendwie ein bisschen. Deswegen geht es halt nicht anders, kommentaren. Danke, AG. Oh Mann, der kann mir ja gar nicht so arg schnell einkaufen. Hä, das ist ja fast genau gleich. Ja, geht, aber bei Revy sind die anders positioniert. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so schön. Es geht schon wieder richtig los mit dem Anti-Tree von dem Server. Ich habe gedacht, er wäre gut, aber das ist nur so ein Spartan. Deswegen ist es wieder Cancer ein bisschen. Ich war in der Luft, ich wäre in das Wasser reingangen und auf einmal werde ich nach ganz unten gepflegt. Einfach so. Gut. Oh my god. Ja, dieses Lied. Auf jeden Fall heute mal mit einem random Video, kennt man von mir als nicht unbedingt. Ohne irgendwas Bestimmtes. Einfach nur so ein Gameplay jetzt mal, aber darauf hatten wir irgendwie Lust jetzt. Mal ein Video ohne Caps, das ist schon echt eine Wunderheit. Du Reads. Ach man. Ist auch so ziemlich ungeschnitten. Also ich würde fast schon sagen, ist ein One-Take. Och nein. Nein, nein, das nicht. Doch. Mann, ich wette, der Endkampf ist gegen sie. Da habe ich gar keine Lust drauf. Doch, das ist... Ja, sie ist ja noch ein Typ da. Haben sie... Hä, waren nur fünf Spieler drin? Na, weiß ich doch nicht. Weil ich habe einen gerackt, sie haben einen gerackt, oder? Das ist natürlich dann. Das ist nur fünf gewesen. Da wurden, glaube ich, noch mal gekickt oder so. Wir spielen aber ohne Equip, okay. Och man, ich habe mich in die Mitte gerade gebaut. La, la. Wo ist es denn in ihr Bett, wenn ich fragen darf? Auf so einem Block steht es. Echt? Ja, ganz besonders. Wusste ich noch gar nicht. Ja, echt? Sind sie sehr sicher? Ich wusste noch gar nicht, dass ein Bettenblock ist. Pfff. Hörst du dich zumindest noch? Ach man, das ist ja gar kein Team. Was ihr Bett? Oh man. Oh man. Ah ja. Also ohne Köpfe bin ich jetzt auch echt nett von Ihnen. La, la. Ja, nein. Oh, der Equip. Nein, nein. Ich habe mich nicht zu sehen, die Köpfe gebaut. Das sind sie. Ich gehe nicht zu Ihnen. Okay, ich gehe zuerst zum Typ. Hä, sie fliegen ja. Woher war es denn zu diesem Gefühl? Hä? Was sind die Fliegen? Oh, boah. Wo sind meine Chunks zu? Leute, hier, alles Legends steht hier ja hier. Achso, ja, ja, da hast du einen Weg. Ja, ja, ich sagst du nicht. Mein Chunks war nicht gelassen. Das war richtig witzig, Leute. Einfach. Hä? Das war so, da war, ihre Insel war da, aber ihr Weg nicht. Das war ja gar keinen Sinn. Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Natürlich. Von Lumi. Äh. Er bohrt sich zu meinem Team. Äh, hä? Warum will ich die ganze... Ah! Ja, ich gucke mal. Bitte, bitte bauen Sie sich mal ein Bett ab. Wir sind doch Friede, Freude, Alp. Gucken. Junge, ich wurde gerade die ganze Zeit zurückgefleckt zu meinem... ...dass ich 3,5-2,20 Mal Schaden bekommen hab. Das genau miterzählt. Miterzählt. Das wird schon wieder eine super Folge. Hab ich das Gefühl. Pfff. Weißt du, du denkst natürlich, dass ich tot bin, gell? Äh, der... Jiii, ja! Sie können eigentlich, wenn sie noch größte Kamen schon gehen und dann einen Rutschlag. Der Schott auf ihren... Ist der blind? Och, Mann, Alter. Ja, oh mein Gott. Das ist doch richtig schlecht. Junge. Ich bin einfach nur tollpatschig heute. Scheiße. Warte, was ist denn los mit ihm? Er ist auf der Teile. Er läuft runter. Uuuuh. Nein. Ganz genachgedacht. So, ich hab mit ein paar Sachen für Gold gekauft. Das ist natürlich... Durfen sie ja nicht. Hä, warum denn nicht? Alter, ich fleck gerade voll im Wasser. Was war denn das? Wenn man runterfällt und Schaden bekommt, wird man einfach zurückgefleckert. Ich versteh nicht, warum? Es macht auf... Ich weiß nicht, was das dein Ding an soll. Was für ein Check das sein soll. Also, welches Modul von dem besten Pack-Client das wegmachen soll. Ja, Rest in Peace dein Bett jetzt. Ey, was? Die sind One-Hit für mich. Die sind One-Hit für mich. Wussten sie das schon? Ja, sie kaufen sich ja die beste Rüstung und... Ja, Rüstung hab ich jetzt nicht. Ich hab jetzt nur die Rüstung. Ja. Ja, sie... Ich respektiere sie und ich baue mich jetzt mal nicht so... Och, Mann. Ich wollte eigentlich sagen, ich baue mich jetzt mal nicht so... Ich warte jetzt, bis sie sich voll geguckt haben, okay? Einfach schon. Ja, sie warten da einfach. Ja, okay, ich geh zurück. Nein, schauen Sie mal. Ich bin noch nicht voll equippt. Das ist eh. Warte, ja, hier. Ich baue hier ein bisschen Blöcke ab. Farm ein bisschen. Ja, farm. Und gleich finden sie Dias. Ich weiß jetzt schon wieder... Dias. Ich würde mal gerne wissen, wo man spawnt. Ah, da gibt es so einen Blöcke. Aber ich sehe ihn bei Ihnen nicht. Was? Muss man ein bisschen von oben betrachten, wo der Blöcke ist. Ja, jetzt... Ja, sie tun sich ja jetzt davor vorbereiten. Das ist ja nicht so nett. Sie haben zugebaut. Das geht ja gar nicht. Müssen wir gleich wieder ab und hier Ding haben. Aua, ich hab gerade voll mit meinem... Ich spawne ja ganz woanders. Hä? Hallo? Hä? Ich spawne ja ganz woanders. Warum machen Sie das? Hallo? Hä? Hui. Ich hab gerade voll in mein Mikrofon reingebissen. Das hat richtig wehgetan. Gebiss! Ja, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber... Ach man, ich springe einfach schon wieder runter. Was ist das? Ich bin so toll fatschig. Ja, sie waren ja auf einmal bei mir. Ich bin runtergefallen. Ja, Enderperle. Kennen Sie das? Ohne, auf einmal sind Sie da. Hi. Ah ja. Tschüss. Ja, ich denke jetzt nicht, dass sie tot sind, sondern so eher, dass sie jetzt da drin bleiben und dumm sind, weil ich kann jetzt hier schön ein Bett abbauen. Ich bleib einfach rausgerutscht doch, Mann. Gut, dass sie sich umbringen, wenn ihr Bett weg ist. Das ist natürlich sehr gut. Ich bin einfach außerdem in meinen Innotar gegangen. Ja, Leute, ich hab keinen Popschutz, deswegen kann... Pupp. Aua. P-P-P-P-Popschutz. Oh. P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Ist ja ein Goldspawner! Ich werde sie bleiben jetzt einfach auf ihrer Insel und tun die ganze Einfache Bett mit Kisten zu bauen. Das würde den ultimativen Cancer geben. Aua! So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall relativ bereit. Nein! Ach man, das kann jetzt nicht. Gut gemacht! Hä, wo sind sie? Oh, sie hat auch richtig... Sie hat keine Flaggen, oder was? Sie haben Wettel das ganze Eis oder Gold genommen! Jaaa... Da haben sie es doch... Hätten sie einfach rot liegen lassen, dann hätten sie es holen können. Nein, ich habe sie ja vollzeit liegen lassen, bin ich aber zuvor erliegt gewesen. Ja... Waaat? Find ich jetzt echt nicht so nett, dass sie kommen. Gehen sie mal weg, tschüss! Ich schütze mich jetzt, ich habe keinen Bock wieder auf 4 Gold zu warten, deswegen... Man kann ich sie mal treffen, Alter! So, jetzt hier, fertig. Okay. Zack! Ah, ist auf jeden Fall... Gute Sache! Och! Guuuut! Nur ein Hit oder so, glaube ich, das ist nicht so... Das kann es sein... Oh! Ich weiß es jetzt... Ja! Oh! 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 Spinnen! Oh! Das ist so ein hohen Schuss, genau auf ihrer Plattform landet aus. Ein bisschen weiter höher, so... Pff! Ja, ist ja viel zu weit weg! Daneben... Was machen sie da? Das war ganz... Oh! Hey, das war ja unmöglich! Das war kein möglicher Schuss! Alter, auf die Presse! Ich habe ja durch den Block den Punkt geschossen! Es ist ja unmöglich... Es ist ja auch unmöglich, dass sie mich besiegt... Igen... Boah! Dam... 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 Oh! 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 NEIN! Ooh�! Aahahah! Wette! Sie sind ja doch full driven! Ganz sicher bin ich full live! Kann ich's immer treffeln? Nein! Ja, ich mussteed. Seid war ja sowas von nödler! Nein! Oh mein Gott! Sie haben's nicht gemerkt,au** Oh ne, ich bin weg. Ist sie blöd oder so? Denken sie ich seh sie nicht oder? Ja, natürlich. Sieh sie blöd? Hä, wie geht das? Nein, wir haben nichts. Nein! Wenn sie es einfach sagt. Nein. Ach man. Ja, sieh sie ja. Ja, kommst du doch mal hoch, sieh sie leide Fussi. Ja, kommst du doch mal runter. Hallo. Oh Mann. Ich finde sie nicht grundverschlankt. Ich seh sie schon wieder nicht. Ich seh sie schon wieder nicht, wo sind sie? Oh, jetzt hab ich sie gesehen, als sie Schaden bekommen haben. Oh ja. Ich seh sie, was sie alles daran liebt. Jetzt hab ich gar keine Hicke mehr. Serious. Oh ja. Den verpiste ich. Ich wusste es. Oh 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 oh! Oh 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 oh. Oh 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 oh. Du wurdest vernichtet. Alter, wie das da immer spiel. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh cool ey! Es war schon ne krasse Route, wusste ich schon gesteht. Also das war schon spannend. Ich will ja irgendwie noch eine Runde machen. Ich baue mich einen Block. Ich werde zurückgebracht. Ich falle runter. Danke. Danke. Leute, schaffe ich den Sprung? Testet. Okay. Ganz sicher habe ich ihn geschafft. Das sehe ich auch von hier, dass sie ihn schaffen können. Was? Wir würden uns denn so einen Sprung schaffen, wenn ich fragen darf. Och Mann. Es ist gut, dass sie aber auch noch gestorben sind. Das ist so wichtig. Sind sie schon auf dem Weg? Nee. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ja, natürlich auch auf dem Weg, wie ich gerade sehe. Gut. Haben sie ja komplett verpennt. Oh. Es leckt mega immer auf meinen Sox. Ich verstehe das nicht. Was? 25 MHz, das leckt einfach immer mega. Ich komme immer richtig spät Fallschaden. Pfff. Hi. Oh. Gut. Komm. Oh, nein. Oh, Mann. Seien sie ein Ehrenmann. Ja. Ja. Sie sind Ehrenmann. Hallo. Hallo. Sie haben keine Eier. Sie haben keine Eier. Neue Runde nochmal, bitte. Das ist richtig scheiße, Alter. Ach, die. Da, wo sie mal verloren haben gegen mich. So gute Idee, die. Drei Tage später. Run, 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 run. Pfff. 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 Boreo triggered. Die sieben Eier. Die haben die Eier. Wo sie mal gegen mich verloren haben. Aber so gut wie jede. Pfff. Pfff. Mein Lapp. Das ist ja die ultimativen Spaction, Alter. Pfff. Och Mann, Alter. Ja, ist echt. Ich bin so... Hä? Was war das denn? Hä? Einfach so. Bin ich einfach so gestorben. Ich stehe da rum. Ich werde geflaggt erst mal. Haben sie es gesehen? Haben sie mich gesehen? Haben sie mich gesehen? Ja, natürlich habe ich sie gesehen. Aber haben sie mich gesehen? Wie ich geflaggt war? Ja, ja. Ich habe... Wir waren vor allem tot. Hä? Wie schnell können sie wieder auf dem Bein sein? Pfff. 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 Gar keine Legs. Ah... Das ist die Gitarre nicht. Oh... Scheiße. 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 Junge, warum brauchst du so angst du respawn.... doch ich bin auch mein suche soll ich bisschen was sagen was gerade gemacht hab ich bin durchbasiert ah awaaaacu lalalala also hier eindeutig dass ich der gewinner werde also ich bin normal mit der careers war es macht so spaß ich musste jetzt und bleibt er ja ich will eine Runde Ecke in den Kurschäden der Kürbel die ganze Nacht durch die uns auch in den Urlaub Aurel und ein Zähnen gut er warst du ein die die 2 das ist ein Video das ist ein einer sehr komisch und ziemlich gereizt sind mal gegen mich noch einmal zu sagen okay okay abstorben gehen die junge alle gehen Uuuuuh! Uuuuuh! Er will hundert... Ja ich wurde da gar nicht so geraked. Ich wurde von einem anderen geraked. Oh man, ist so schlecht. Es lag mega auf den Main-Sofen. Ja, oh. Lalalalalala. Also, das war's auf jeden Fall. Lalalalalala. Wenn sie mir das noch mal weiterhaut, wie das ist.